Hallo zusammen, ich bin die Nicole und meine Adventskalenderaktion geht an die Reptilien-Auffangstation in München. Dies ist ein Tierheim der ganz besonderen Art. Es nimmt Reptilien auf, wie zum Beispiel Schlangen, Schildkröten oder Echsen, die ausgesetzt wurden, aus Beschlagnahmen stammen oder von Haltern abgegeben werden, weil sie aus Gründen auch immer nicht mehr gehalten werden können. Diese werden tierärztlich versorgt, aufgepäppelt und auch wieder versucht, an neue Halter zu vermitteln. Da diese Tiere ganz besondere Haltungsbedingungen benötigen und viele Menschen damit auch überhaupt keine Berührungspunkte haben, ist eine Vermittlung sehr schwierig. Da ich selbst stolze Besitzerin solcher Tiere bin, die sehr außergewöhnlich sind, liegt mir dieses Thema sehr am Herzen und ich bin froh, solche Organisationen unterstützen zu können. Danke lieber Thomas für die tolle Aktion, dass du uns ermöglichst, solche Organisationen zu unterstützen und in diesem Sinne allen ein frohes Weihnachtsfest.